Das Karriereende von Jonas Hector beim 1. FC Köln und so als Fußballer, auch ganz allgemein, glaube ich. Ja, Jonas Hector beendet seine Karriere, das hat er am Wochenende bekannt gegeben, nach dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim in der Kabine Bescheid gesagt. Und da hat Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz es der Weltöffentlichkeit verkündet. Und eine Sache kann man direkt sagen, in diesem FC Kader ist das die größte Ikone, die man verlieren konnte. 100 Prozent, also in dem Kader sowieso, da reden wir auch drüber, dass Jonas Hector eine Vereinslegende dieses Klubs ist, die das hier und jetzt definitiv überstrahlt, die weit darüber hinaus geht. Ja, und die Art und Weise, wie dieses Karriereende jetzt auch bekannt gegeben wurde, es passt einfach perfekt zu der Art Fußballer und Mensch, die Jonas Hectors Zeit seines Lebens gewesen ist als Fußballer. Nämlich, also wenn überhaupt ein Understatement, nie auf Selbstinszenierung bedacht, weil das war eben eine interne Verkündung. Und alles, was man von Jonas Hector jetzt als Statement hat, nach dieser Mitteilung vom Wochenende ist, für den Moment möchte ich nicht mehr sagen, als dass ich unheimlich dankbar für das bin, was wir beim FC zusammen haben. Und das war's. Und das ist, also es sagt sehr wenig, aber gleichzeitig sehr, sehr viel, glaube ich, über Jonas Hector als Mensch und Spieler. Und eine Sache, die ihm hinten raus wenigstens noch gerecht wird, ist, er kriegt die in der Bundesliga größtmögliche Bühne für seinen Abgang. Denn sein, wenn alles gut läuft, oder sein letztes Heimspiel, sein letztes Spiel für den 1. FC Köln, ein Heimspiel sein, in Müngersdorf gegen den FC Bayern München. Und wenigstens das, und das übrigens an seinem 33. Geburtstag. Also, wenn man sich ein Karriereende malen könnte oder dürfte, dann, glaube ich, ist das schon ziemlich nah an der Perfektion dran. Und ich bin auch 100% davon überzeugt, dass die FC-Fans in den nächsten Wochen, aber dann auch nochmal erst recht in seinem letzten Spiel, ihm den gebührenden Rahmen bieten werden, den er als Spieler auch verdient hat. Wir haben ja schon an verschiedenen Orten und Stellen über die Karriere von Jonas Hector und das, was er in Köln geleistet hat, gesprochen. Wahlkampf war immer noch. Wahlkampf war es mal ein Thema. Ich habe mal mehr Liebe für zu Jonas Hector gemacht. Wir haben auf unserer Live-Tour mit 50 plus 2 in Köln über Jonas Hector gesprochen. Wir können trotzdem mal kurz einfangen, was das eigentlich für eine Karriere war, weil darum geht es ja auch letztendlich so ein bisschen. Wir reden über einen Spieler, der seit 2012 Teil der ersten Mannschaft vom 1. FC Köln ist. Und wenn er diese Karriere beenden wird, knapp 350 Spiele, etwas darunter wahrscheinlich. Schade, dass es nicht genau die 350 noch werden. Das wäre doch die Kirche obendrauf gewesen, aber eben knapp unter 350 Spielen für den 1. FC Köln am Ende werden das stehen. Ein Spieler, der 2010 zum 1. FC Köln gewechselt ist, vom SV Auersmacher in die zweite Mannschaft gekommen ist und sich aus der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft gespielt hat durch Klappe halten und großartige Arbeit und das Gefühl, dass er immer bereit ist, sich für diesen Verein zu zerreißen. Ein Spieler, der, und das erklärt glaube ich auch vielleicht so ein bisschen den Charakter Jonas Hector, der niemals eine Ausbildung bei einem Spitzenklub genossen hat. Der kein einziges DFB-Leistungszentrum durchlaufen hat, der Fußball auf seinen eigenen Weg gelernt hat und eben so wie Karrieren heutzutage kaum noch verlaufen. Genau das wollte ich auch gerade ansprechen, dass er sich vielleicht deswegen auch als Mensch und als Persönlichkeit so sehr von vielen anderen abhebt, weil er eben erwachsen geworden ist, nicht in einem System, das darauf ausgelegt war, ihn in seiner Persönlichkeit bestmöglich zurechtzustutzen, auf die effizienteste Art und Weise Fußballer zu sein und ihm ansonsten alle Aufgaben, die zum Menschsein dazugehören, abzunehmen, sondern einfach jemand, der in einem vielleicht etwas organischeren Weg erwachsen geworden ist, ein Free-Range-Chicken gewesen. Ja, genau, richtig. Jonas Hector in seiner Art und Weise, wie er Fußballer wurde. Haltungsform 1 oder was auch immer das Beste ist. Ja, es ist so. Er ist Platz 16 der ewigen Rekordspieler des 1. FC Köln, das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht nach so viel für jemanden, der, wenn er dann am Ende Schluss macht, elf Jahre für diese erste Mannschaft des 1. FC Köln gespielt haben wird, aber der jüngste Spieler, der in den Top 15 vor ihm steht, das ist Bodo Ilkner und der ist Jahrgang 1967. Ja. Hector ist 1990er. Das zeigt vielleicht, wie außergewöhnlich das ist, wobei wir hier gerade eigentlich zugeguckt haben über zehn Jahre lang. Ja, und das ist echt so eine Geschichte, wo man erstmal zu der Akzeptanz kommen muss, dass dort eine absolute Bundesliga-Legende spielt, weil es eben so leise passiert ist. Und weil es nicht passiert ist über Rekorde brechen, Titel gewinnen oder eben, wie du gerade gesagt hast, nicht über die Unsumme von 500 Pflichtspielen in der Bundesliga oder sowas, sondern einfach über eine leise Art und Weise, wie sie zum Spieler Jonas Hector am allerbesten passt. Jonas Hector, wir wissen es alle, der große Moment seiner Karriere. Da können wir eigentlich drüber reden. Es gibt einen großen Moment oder eine große Situation, über die ich gerne reden will. Und dann gibt es für mich zwei Momente, die ich niemals vergessen werde mit Jonas Hector. Okay, ich bin gespannt. Also zwei Spielsituationen und eine große Situation. Ich hätte jetzt getippt, dass der größte Moment auf sportlicher Ebene sein Elfmeter war gegen Italien bei der EM 2016. Genau, das ist der eine der Momente, wo ich sofort dran denke, wo Jonas Hector, der Kölscher-Jungen, Gigi Buffon überwindet. Mit einem Zitter-Elfmeter, muss man sagen. Scheißegal. Er hat den reingezittert, aber das interessiert keinen mehr. Den musst du erstmal nehmen in dem Moment. Und mein zweiter Moment, wo ich immer dran denken werde, ist, als er das Tor des Jahres gemacht hat. Dieses unglaubliche Tor, wo er bis heute wahrscheinlich nicht 100% weiß, wie er es gemacht hat, aber ein unglaublicher Bude mit diesem Drea-Lupfer. Fantastisch. Wunderbares Tor und auch sonst, glaube ich, abseits des rein spielerischen, ein paar gute Situationen, Momente gehabt. Immer jemand gewesen, der gut war für ein flapsiges Interview, wenn es sportlich nicht gut lief, dann da ordentlich austeilen konnte. Und da hat er jetzt auch nur zum Teil so beigetragen, weil er eigentlich derjenige war, der getröstet wurde. Aber er war Teil der Szene. Das war dieses Foto von Dani da Costa und ihm gemeinsam an der Bande sitzen, was auch gepasst hat, weil da einfach zwei Spieler saßen, die für die beide, finde ich, gilt. Dass man einfach sagen muss, als Menschen, als Charaktere der Bundesliga, keine Zweifel an diesen beiden Personen. Und diese Saison war ja auch nochmal eine krasse Saison, die Saison 2020-2021, da hat der FC ja Relegation gespielt. Und auch da hat man gesehen, dass Hector da war, denn im Relegationsrückspiel gegen Kiel, das hatten sie ja das Hinspiel 1-0 verloren, hat er es früher 1-0 gemacht und noch ein Tor vorbereitet. Also wirklich auch wichtig gewesen in dieser Partie. Unglaublich wichtig. Sie werden unbedingt abgestiegen. Und im Hinspiel hat er Stürmer gespielt. Das war ein voller Erachter, er hat Stürmer gespielt für den FC. Was übrigens auch eine Sache ist, die sich in Jonas Hectors Karriere durchzieht. Dieses, er macht halt das, was der Trainer und der Verein von ihm wollen. Ganz einfach. Und das war die meiste Zeit Linksverteidiger, das war aber auch Sechser, das war Zehner, das war eben sogar mal Mittelstürmer und das war auch mal Innenverteidiger. Jonas Hector war sich nie zu Feind für irgendwas. Und der große Moment, die große Situation, über die ich reden möchte, ist der Abstieg in der Saison 17-18 und die damit daraus resultierende Zweitligasaison 18-19. Zu dem Zeitpunkt ist Jonas Hector Nationalspieler. Er ist ganz klar einer der besten Spieler im 1. FC Köln im Kader. Und ich habe nachgeschaut, es gibt Gerüchte über Dortmund, Bayern, Juve und PSG allein in diesem Sommer. Es gab vorher schon Gerüchte mit Tottenham, mit Barcelona, Chelsea und haste nicht gesehen. Und Jonas Hector bleibt beim FC. Er verlängert seinen Vertrag und ich möchte gerne vorlesen, wie er das damals begründet hat. Der 1. FC Köln hat mir den Weg von der Regionalliga bis in die Nationalmannschaft ermöglicht. Ich bin diesem Klub sehr verbunden und dankbar und fühle mich in Köln sehr wohl. Es wäre problemlos möglich gewesen, nach dieser Saison zu einem anderen Verein zu wechseln. Aber für mich fühlt sich das gar nicht richtig an. Wir haben viele Gespräche in den letzten Wochen geführt. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Das Ergebnis ist für mich eindeutig. Ich gehöre zum FC und will mit dem Team und den Fans im Rücken in der neuen Saison wieder voll angreifen. Ich weiß nicht, was man da über die Person Jonas Hector was da noch zu... Ich kriege da Gänsehaut, ich habe da Tränen in den Augen. Ein unglaublicher Typ und jemand, auch glaube ich ein Typ, wo erst wenn er weg ist, wir alle so richtig zu schätzen wissen, was wir da haben. Ja, das ist ja, also das sagen wir schon lange, das ist so die Letzten ihrer Art. Ja, hat man schon gesagt über Spieler wie Totti und über Steven Gerrard. Wird es immer wieder geben, aber es wird es immer wieder geben. Aber sie werden gefühlt immer seltener und nicht nur gefühlt, sie werden wahrscheinlich seltener. Und Jonas Hector ist eben einer im modernen Fußball gewesen, der noch ganz, ganz weit eben in diese letzten 10, 15 Jahre Fußball reingeragt hat. Ja, und die Art und Weise, wie er es begründet hat, eben auch verlängert im April 2018, also mitten in diese Scheiße rein, in diese absolute Horrorsaison, für die er auch selber sehr, sehr wenig konnte. Er hat sich, glaube ich, damals am dritten Spieltag schwer verletzt, kam dann zur Rückrunde zurück, als der FC schon abgeschlagen 18. gewesen ist und hat dann eben, ja, mit dabei zusehen müssen oder war Teil des Abstiegs. Und den dann mitzumachen, den mitzugehen, ist einfach riesengroß. Ist einfach riesengroß, kann man nicht anders sagen. Jonas Hector, ich würde mir auch wünschen, dass, also junge Menschen an sich, aber auch vielleicht junge Fußballer, ich glaube, jeder junge Fußballer, der sich vielleicht als Alternative zu den ganz, ganz großen Stars und Namen Jonas Hector zum Vorbild nimmt. Schadet nicht. Schadet nicht, ist ein ganz, ganz großer Gewinn, weil ich glaube, Jonas Hector auch zeigt, wie ein Lebensentwurf als Profifußballer aussehen kann, der vielleicht nicht sportliche Maximierung und finanzielle Maximierung vor Augen hat, aber so das Gesamtglücklichsein als Mensch einfach und da seine eigenen Prioritäten zu finden, die vielleicht am Ende mehr wert sind als andere Dinge. Und das hat Jonas Hector auf eine beispiellos gute Art und Weise hinbekommen. Und ich glaube, wenn man nochmal ein eindrückliches Bild dafür haben möchte, was der FC für Jonas Hector bedeutet, das Video, wo sie Tommy singen von Anna-Mai Kante reiht und Jonas Hector da in Brünstig davon singt, dass seine Kinder in Köln aufwachsen sollen. Ja, ich glaube, das sagt einem dann am Ende, das ist dann eigentlich beantwortet alle letzten Fragen über die Charaktere. Jonas Hector ist so ein Spieler und das sind so Momente, die auch in einem, der es nicht ist, wenn man nicht gerade Gladbacher ist oder Leverkusener oder Düsseldorfer, die Lust wecken, FC-Fan zu sein. Ja, das ist einfach so. Das sind Momente, wo du guckst und sagst, in so einem Menschen, also ich wäre als Fan stolz darauf, Fan von einem Verein zu sein, der so einen Jungen hervorgebracht hat und das ist, glaube ich, mit das größte Kompliment, dass man einen Fußballer am Ende oder kurz vorm Ende seiner Karriere eigentlich machen kann. Hast du noch was zu sagen zu Jonas Hector, außer dass wir ihm alles erdenklich Gute auf diesem Planeten wünschen und ihn sehr vermissen werden? Alles Gute und vielen Dank und Glück im Rest des Nicht-Fußball-Lebens. Eine Legende tritt ab von der Bundesliga-Bühne, genießt die letzten Spiele mit Jonas Hector. Ich bin mir sicher, dass er für ein paar Jahre verschwinden wird danach und vielleicht sehen wir ihn dann nochmal irgendwo im Fußball. Vielleicht. Ich bin mir sicher, dass er für ein paar Jahre auf der Bundesliga-Bühne geht.